Ja, willkommen zurück, Far Cry Primal Folge 3? Ne, 4. 4 ist es mittlerweile, glaube ich, schon. 4. Belohnungslager öffnen? Was haben wir denn hier Schönes? Belohnungslager. Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und Gegenstände verstaut. Achte auf das Symbol auf der Karte. Du kannst im Dorf an allen eroberten Außenposten Leuchtfeuer oder Lagerfeuer auf dein Belohnungslager zugreifen. Gegenstände werden bei der Eroberung eines Außenpostens oder beim Anstieg der Bevölkerung automatisch hierher hingebracht. Siela, die Sammlerin, wird ebenfalls täglich neue Dinge hinzufügen, wenn du ihre Hütte erreicht hast. Einschließlich seltener Gegenstände beim zweiten Upgrade. Siehe regelmäßig nach und nimm alle die Gegenstände, die du brauchst. Ah, das ist ja geil. Voll. Voll. Essen. Ah, okay, cool. Ah, hier kriegen wir dann auch Essenssachen und Rohstoffe. Das ist natürlich praktisch. So, und damit nochmal, wie gesagt, willkommen zurück zu Far Cry Primal, einer weiteren Folge. Wir wollten... Will... Ja, ja. Äh, wundert euch nicht, dass ich jetzt hier in der Höhle gestartet bin. Ich hatte das Spiel kurzzeitig mal kurz beendet gehabt, weil ich musste nämlich die Folge 1 ein bisschen nachbearbeiten. Wir wollten aber, ich kann mich entsinnen, Wildschwein... Das ist übrigens noch dieselbe Aufnahme-Session. Wir wollten Wildschweine jagen gehen. Das machen wir jetzt auch direkt. Denn ich will meine Beutetasche ein bisschen... Bisschen, äh, erweitern. Ich werde, glaube ich, den Boden, glaube ich, nehmen. Und, genau, wir wollten die Beutetasche, wollten wir erweitern, dass ich mehr Ressourcen sammeln kann. Mehr Gegenstände. Ich bin da sehr gespannt, wie die Wildschweinjagd so wird. Und das ist echt hübsch hier in dem Tal, mein Gott. Da könnte man sich einfach so einen Klappstuhl neben hinsetzen und einfach den ganzen Tag einfach nur angeln oder einfach nur zuhören. Aber es ist auch riskant hier. Es ist sehr, sehr riskant. So, dann schauen wir nochmal. So. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier Besucher haben werden. Da sind Ziegen, glaube ich. Das sind wieder Ziegen. Die brauchen wir momentan nicht. Da sind schon wieder blaue... Blaue Pilze. Oder blaue Blüten, oder was das waren. Oh, wie süß. Ach, guck mal an. Haben wir eigentlich genug Holz schon gesammelt? Nee, guck mal, Adlerholz. Was haben wir hier? Ah, das ist nur ein Strauch. Aha. Die Wildschweinchen scheinen da oben zu sein. Auf dem Berg. Ich bin jetzt gerade mal so todesmutig und laufe mal hier lang. Da ist übrigens das Lager, was wir beim letzten Mal gefunden hatten. Ich meine, das wäre das. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. So, äh, wo war denn das jetzt? Äh, wo ist der... Ah, hier. Man sieht es sehr schlecht, muss ich sagen. Weil es so eine Weißumrandung hat. Der Wegpunkt. Aber mein Gott. Hä, wo sollen denn hier die Wildsch... Hä? Oder sind die oben? Ich geh mal hier rauf. Wir müssen natürlich vorsichtig sein, dass die Wildschweine uns nicht abhauen. Huch. Es soll hier unten sein? Okay. Oder leben die... Ach, guck mal, da unten ist schon eins. Oder? Ist das ein Wildschwein? Nein, Flex. Das ist nur eine dämliche Ziege. Wo sollen denn hier die... Na, hä? Huch, was war das denn? Ich konnte hier gerade... Schilf nehmen? Hä? Wo ist denn hier... Ach, hier. Hier sollen die Wildschweine sein. Bis jetzt sieht es nicht so wild aus hier. Ah, guck mal, Bambi. Oh. Okay. Gut, ich schau nochmal eben auf die Karte mal eben schnell. Ja gut, es kann natürlich auch sein... Ich fahr mal hier oben hoch. Warte mal. Wir haben... Wildschwein. Ich mach mal da einen Wegpunkt hin. Aber ich glaub, den Wegpunkt hatte ich gar nicht richtig gesetzt gehabt. Es kann sein, dass es doch oben ist. Wo ich mir das gerade schon dachte. Es ist... Alter, diese Vögel. Mach mir schon ganz kirre. Ich brauche Wildschweinhaut. Frage ist nur, wo sind hier... Wo sind hier Wildschweine? Der Wegpunkt ist zwar immer noch da... Ja, ist doch gut. Der Wegpunkt ist zwar immer noch da unten, aber... Es kann ja sein, dass wir... Können wir da noch ein paar mehr Ressourcen. Bisschen schiefer. Wahrscheinlich Tasche voll, ne? Nee, doch nicht. Okay. Guck mal eine an. Dann können wir doch noch ein bisschen schiefer wieder mitnehmen. Wieder was bauen oder so. Oh, Alter. Ich freue mich so, dieses zu spielen. Dieses Spiel, das ist so... Das ist so... Was? Ach, das ist wieder eine Ziege gewesen. Aber wo sind denn verdammt nochmal... Uah! Na, geh sterben! Geh sterben! Du Schwein! Du Sau! Mist, treff ich nicht. Ja! Wir haben es erlegt. Wir haben das Wildschwein erlegt. Juh, ich freue mich. Na. Ach, Wildschwein erhält. Okay. Da fehlte jetzt nur die Animation. Okay, also leben die Wildschweine hier oben in den Bergen. Natürlich sehr, sehr gut für uns. Und es fing sofort dramatische Musik an. Wir werden nochmal in diesen... Modus gehen. Okay, da kann man runterklettern. Da, da ist... Da ist ein... Da ist ein... Da ist ein Schwein. Es wird gerade gejagt. Uah! Es wird gerade vom anderen Tier gejagt. Wie glücklich ist das denn? Aber das soll uns nicht hier Dings wegnehmen. Das soll uns nicht das Wildschweinleder wegnehmen. Komm her! Ja! Wir werden auf die Keule wechseln. Ja! Hör, komm her! Wo, wo ist es? So. So. Hallo, ich will es... Hallo, ich will es häuten. Ah, jetzt. So. Rotfuchshund. Aber wo ist das Schwein hin? Verdammt. Wo ist das Wildschwein hin? Ich hab das Wildschwein... Hier. Komm her! Oh, wir sind ein bisschen angeschlagen. Bleib stehen! Geht doch. So. So. Mal eben schnell ins Baumenü schauen, ob wir jetzt genug haben von dem... Ja, können wir herstellen. Sehr schön. Eingeweidetasche. Sauber. So, als nächstes brauchen wir Rothundfell viermal. Davon haben wir schon zwei... Äh, drei. Uh. Dann könnten wir ja nochmal so ein Rothundfell gleich nochmal jagen. Und ich werde nochmal einen Köcher herstellen. Wird das dann abgezogen von dem? Bestimmt, ne? Mist. Okay. Dann haben wir es aber trotzdem gut aufgeteilt. Können wir immer noch später nochmal die Eingeweidetasche machen. Aber wir haben jetzt mehr, mehr Bögen, die wir, ähm... Die wir tragen können. Das ist schon mal sehr nice. Sind denn... Wie ist das denn mit den Bögen? Können wir denn herstellen? Ach, hier können wir Bögen auch herstellen gleichzeitig. Natürlich. Stellen wir erstmal her. Jawohl, 16. Das ist sehr schön. Wir haben mal den Wegpunkt eben auf der Karte entfernen. Den brauchen wir gerade nicht. Und wir werden mal dann... Was ist denn hier? Unbekannte Ort. Erkunde diesen einzigartigen Ort und entdecke das Land von Oros. Belohnung XP. Wir können das ja mal machen. Wir können ja mal hier zu dem... Äh... Dice Hand oder Dizer Hand gehen. Mach ich mal einen Wegpunkt hin. Und... Oh, die Nacht. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und erdecke einzigartige Tiere. Tierepflanzen und Fünnstücke. Waffe entzünden. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle eine Waffe, drücke Viagg, um die Waffe mithilfe von Tierfett zu entzünden. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube... Ich glaube, jetzt wird es richtig böse. Ich wollte... Sollen wir das wirklich in der Nacht... Ah, zwei Kollen haben wir jetzt sogar. Sehr schön. Ich bin echt am überlegen, ob wir das wirklich riskieren, jetzt schon in der Nacht loszugehen. Wir können natürlich jetzt schauen, dass wir auch zwischendurch wieder ein bisschen was von den Hölzern sammeln, weil wir haben ja nichts mehr für die Bögen. Ob das jetzt noch eine gute Idee ist, bei Nacht jetzt hier loszugehen? Ich weiß das gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier unten rein. So weit weg ist es ja jetzt nicht. Ob das wirklich jetzt so eine... Oh mein Gott. Ob das wirklich so eine gute Idee war? Huch, da war... Da war was. Ah, cool. Ah, das sind dann nur... Noch zwei bis zur nächsten Belohnung. Okay. Eins von 100. Ui, 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 ui. Da haben wir ja genug zu tun. Ähm... Das sind dann also nur so Collectibles, so wie das aussieht. Aber finde ich ganz geil. Also ich werde definitiv mit euch hier die Insel absuchen und erkunden. Und es macht mir ein bisschen... Ein bisschen Sorgen, was für Geräusche das jetzt gerade hier sind. Alter Finde. Alter Verwalter. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir schauen mal eben. Wir haben das gesammelt. Den unbekannten Ort haben wir noch nicht. Das ist hinterm Wasserfall, so wie das aussieht, ne? Gehen wir mal... Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Können das ja ruhig mal in der Nacht machen. Das erinnert mich gerade unheimlich an Turok. Ich weiß nicht, warum. Aber es sieht sehr, sehr lecker aus. Muss ich sagen. Also... Ich kann ja mal... Wir können es ja mal entzünden. So, Licht. Ah, Fadasi-Höhle. So, einen Fähigkeitspunkt haben wir. Aha. Ist das so eine gute Idee, in die Höhle zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da einfach mal... Tasche für den Gegend schon bereits voll. Interessant. Ist das wirklich so eine gute Idee, in die Höhle zu gehen? Vielleicht finden wir ja ein paar interessante Dinge. Dass der Wegpunkt aber auch nicht verschwindet, wundert mich ein bisschen. Wer weiß, was für Tiere hier auf uns warten oder gefährliche Kreaturen. Okay, hier geht es noch weiter. Da ist ein komischer Nebel. Gegenstand voll. Aber warum sammelt er es dann trotzdem ein? Ah, ach, das war Wasser. Schalte die Kletterkralle im Handwerksmenü frei, um sie nutzen zu können. Ach, okay, sowas gibt es auch. Ist ja faszinierend. Da bin ich ja sehr gespannt. Es ist gerade sehr, sehr dunkel hier. Ich, äh... Hm. Ist das ein komischer Nebel? Gift! Du kannst durch Bienenstiche, Schlangenbisse oder die was? Fauldämpfe im Heimatland der Udam vergiftet werden. Einige Udam werfen auch mit Gift Bomben auf dich. Gift verringert, äh, allmählich deine Gesundheit. Die Wirkung lässt jedoch nach einiger Zeit nach. Irgendwo in dieser Welt muss es ein Gegengiftrezept geben. Ach, du heiliger Strohsack, bin ich... Uah. Dann werde ich mal eben einen Happen essen. Warte mal. Essen erfordert Ges... Was? Was stand da gerade? Essen fordert Ges... Hä, was? Aber ich hab doch... Ah, ich bin wahrscheinlich... Ich bin wahrscheinlich noch gut im... Im... Im Fleisch. Und hab wahrscheinlich gar nicht, ähm... Tasche für Gegenstand bereits voll. Wundert mich jetzt ein bisschen, weil wir haben doch eigentlich... Wir haben doch eigentlich die Tasche... Und so weit... Aus... Warte mal, Beutetasche. Ausgebaut, ne? Wo sind denn diese Knochen? Ach, hier acht. Waffenrohstoffe. Ach, da können wir nur acht von tragen, von den Knochen. Aha, okay. Wir müssen auf jeden Fall Holz sammeln gehen. Fällt mir gerade auf. Und wir müssen... Der Alderholz, müssen wir auch noch wieder ein bisschen sammeln gehen. Und hier heute haben wir auch noch ein bisschen was. Müssen wir mal schauen. Und wir können, hab ich gerade gesehen, wir können einen Fähigkeitspunkt verteilen. Ja. Ach, guck mal. Wir können für sie auch. Hm. Enthüllt 80% oder plus 80 Schritte des Geländes um dich herum im Kartenmenü. Deckt weitere Aktivitäten und Missionen auf. Interessant. Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Bringt uns eh nichts, weil wir sowieso die Minikarte nicht nutzen. Deswegen werde ich, denke ich mal... Halt 3 gedrückt, um dich zu heilen, während du sprintest. Oder... Halt 3 gedrückt, um manuell Gesundheitsbalken wiederherzustellen. Das werde ich jetzt mal nehmen, denke ich mal. Wie gesagt... Das mit der Karte bringt uns sowieso nichts. Okay, und wir sind voll mit Gesundheit. So, wie es sich anhört. Der Wegpunkt geht nicht weg, verdammt. So, nochmal eben schnell auf die Karte geguckt. Denn ich werde mal hier weiter hier absuchen. So ein bisschen hier... Das nächste Mal machen wir mal die Tasche. Das ist ganz schön... Ganz schön creepy. Grünblatt haben wir bekommen. Und werden mit dem entzündeten Bogen mal hier durchgehen. Nichts kann mich aufhalten. Ach, wie schön. Durch die Nacht. Naja, bis jetzt ist die Nacht für uns noch nicht so gefährlich. Weil wir bisher noch keine... Tiere entdeckt haben, die uns gefährlich werden könnten. Aber... Das kann sich natürlich auch schnell ändern. Ich würde mich interessieren, ob die Instant sterben, wenn man die mit so einem Brandpfeil erledigt. Würde ich jetzt... Huch, was war das denn? Wo ist der andere hin? Komm her! Takka! Takka da! Takka! Takka da! Takka! Takka da! Takka da! Takka bro! So. Jawohl, da kriegen wir jetzt ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Rothundfell, was wir hier auch brauchen. Wunderbar. Klappt doch alles. Hört sich ein bisschen eklig an, muss ich sagen. Okay. Können wir was essen? Wir wurden ja angegriffen. Nein. Gesundheit wahrscheinlich immer noch voll. Sieht zumindest an... Hört sich zumindest an daran. Komm her! Survival! Äh, okay. Och Mann! Bambi! Bambi! Nein! Ich wollte es nicht! Es tut mir leid, Bambi! Hier schaut. Aha. Und Tierfett. Sehr schön. So, dann gehen wir mal. Erinnern unheimlich auch an Turok so ein bisschen, ne? Dinosaurier Hunter, für die Leute, die es noch kennen. Hab ich auch sehr gerne damals gespielt auf dem N64. Mein Gott, war das geil. Bambi! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Zieh die Fälle. Wir müssen ja überleben. Es kommt uns nur zugute. Es kommt uns, wie gesagt, nur zugute. Die Tasche ist fast voll. Komme ich hier? Ah, okay. Das geht. Ah, hier ist die Tasche. Guck eine an. Mh, Blau Blatt. Lila Blatt. Sehr schön. Warum ist das... Ach, es wird wieder Tag. Uh, das ging ja schnell. Und wir haben die erste Nacht überlebt. Sehr schön. Gefällt mir gut. Bin ich ein Freund von. So. Wir gehen einfach mal hier außen rum. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal hier so ein bisschen alles ein. Und da ist auch noch eine Tasche. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann anschließend nach da oben. Weil das ist jetzt... Ach, guck mal, da ist auch noch eine Tasche. Die habe ich gar nicht... Die habe ich gar nicht gesehen. Ich werde diese Tasche mal markieren und mal eben schnell dahin fitschen. Höh, 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 höh. Lauf, Forrest. Lauf. Lauf. So. Im Frühtau zu Berge wird sieben Faldera. Mein Gott, wie geil. Dass sogar das Holz hier von der Keule so... So abgefackelt aussieht, finde ich auch total geil. Weil das auch so an so kleine Details geachtet wurde. Oder daran gedacht wurde, finde ich echt nett. Ach, das ist da unten, ne? Müssen wir, glaube ich, hier lang. Ich bin auch übrigens, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin auch niemanden böse oder so. Falls jetzt jemand sagt, äh... Von denen, die das Let's Play gucken... Oh, nee, du latscht ja nur rum und... Ach, mein Gott, du bist ja eh nur am Sammeln. Und mein Gott, ich will Story wissen. Dann guck gerne woanders. Ist es nicht so schlimm? Habe ich nichts dagegen? Ist wirklich nicht so schlimm? Dafür gibt es genug andere Let's Plays auf YouTube, wo man sich das angucken kann. Bin ich, wie gesagt, niemanden böse drum. Nur jeder spielt halt so, wie er für richtig hält. Hier waren wir noch, oder? Ach, die Tasche ist bei dem Gift. Mist, da kommen wir gar nicht hin. Okay, pass auf. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir direkt erstmal hier hin. Nein, aber ich will auch, wie gesagt, ich spiele das Spiel so, wie ich das eigentlich für richtig halte, wie ich das am liebsten spiele. Und, ne, wem es halt nicht gefällt, kann woanders gucken. Na? Klar, der eine spielt erst Story. Oder fängt erst an, ein bisschen die Story zu spielen. Der andere, ähm, keine Ahnung, erkundet erstmal komplett die Insel, so wie ich so ein bisschen. Wie gesagt, dafür sind wir ja alle unterschiedliche Spieler. Und jeder spielt halt, wie er für richtig hält. Und ich mach's halt so. Und wem's halt, wie gesagt, nicht passt, der kann liebend gerne woanders schauen. Ist kein Muss, ne, hier zuzusehen. Das so, das, das, ja. Jetzt hat der Opa wieder geredet. Ich hab, ich hab, huah, was? Huah. Bleib steh'n! Oh, Mann. So, nein, nein. Oha. Huah, 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 huah. Ich will, nein, ich will, huah. Huah. Toll. Ich will gar nicht hier runter. Na, super. Welch Dramatik. Ach, meine Güte. Wie komm ich denn jetzt da... Na, toll. Was ist das denn? Ach, das ist ein Baum. Wie komm ich denn jetzt da hoch? Verdammt. Ich glaube, ich hab mich auch ein bisschen hier verlaufen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir... Ich glaube, ich hab da unten jemanden gehört gerade. Oh mein Gott. Das wird, das wird noch richtig spannend. Also ich glaube, das wird noch richtig interessant. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter und klappern da hinten noch ein bisschen die Gegend ab. Und anschließend, würde ich sagen, geht's dann auch weiter mit Missionen. Und ja, ich schalte wieder ein. Also macht's gut. Ciao.